Viele kennen mich noch von früher. Da war ich lange weg. Das lag an diversen schlimmen Verletzungen, muss ich leider ehrlich sagen. Bei Patella sind Ablöse links, rechts. Rechts schlimmer Knorpelschaden. Job in Rosemann. Jochen! Ja, Na, Na, Na. Und du, du! Es geht um La Brau. Bis lang, ö, Ra, Na, Na. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, wir sind jetzt hier in der Schlange und stehen, bis wir uns einscheiben können. Aber hier ist ganz schön was los. Also kann noch ein bisschen dauern. 700 Teilnehmer, 20, 30 Leute pro Klasse. Wenn die Form da nicht sitzt gleich von Anfang an und du nicht deine Posen stehst, bist du sofort raus. Du hast eigentlich eine Chance, du musst auffallen und fertig. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ja, ich bin Matthias, starte in der Norwestklasse und in der Masters, weil ich schon über 35 bin. Und für die Heavyweight-Klasse konnte ich mich nicht anmelden. Und nachträglich hätte ich keine Lust mehr. Ja, ich bin schwerer, besser, härter als in Polen. Also Mission erfüllt. Wir schmieden Pläne, wie wir unter 30 Athleten brutal auffallen. Und dann brutal auffallen. Roland hat gesagt, Nost Messela. Und halten 10 Minuten. Und dann ist das Ding geritzt. Ah, ist echt die Hölle hier los, Mann. Total, was hier abgeht hier. Und dann bei der Kälte noch draußen hier. Also ist schon ein bisschen blöd, aber total blöd. Aber ist doch egal, wir müssen doch so oder so gewinnen. Macht uns doch nichts aus. Wir gewinnen schon, aber ich meine, die Umstände hier draußen zu stehen, das ist echt beschissen. Also, dass sich jetzt die Leute, die Athleten überhaupt antun, ich verstehe das nicht. Also ist nicht gut. Servus, mein Name ist Sofjan. Ich bin hier auf dem Pro Qualifier in Dänemark, beim Amateur Mr. Olympia. Und natürlich will ich morgen die Pro-Karte machen. 515. So, dann trinken wir mal Kaffee jetzt. Nach der langen Schlange in der Kälte. Total, da muss man echt aufpassen, dass man nicht krank wird. Bist du dran jetzt? Ja, bist du gleich dran? Bist du jetzt dran? Okay. Co 222. 〜 A cents. A. Aга! A. A. sensors. Auch. ز fella An. Für die Krämpfe, Dennis Code 10, wenn ihr mich unterstützen wollt, auf meinem Weg zum Profi und noch weiter, immer mit Dennis 10. Wenn du die Arme ein bisschen eng zusammen hast, dann kriegst du noch mehr Streifen hinten. Also nicht so weit, sondern eng am Körper und dann ziehst du zurück, wie so Rudern, weißt du? Ja, am Körper? Ja, gut, besser. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob du da runterkommst. Ich habe die Krämpfe, die Bauch ist geschlossen. In der Höhe vom Bauchnabend? Ja. 108,3. Jawohl. Ich fühle mich eigentlich echt besser, wie vor Budapest. Irgendwie bin ich ruhiger diesmal. Muss ich ehrlich sagen irgendwie, weil mir gefällt die Form auch viel besser. Und Roland gefällt die Form auch besser. Ja. Fettfrei. Also was ich nicht leiden kann, wenn noch ein bisschen Fett drauf ist. Das kotzt mich voll an. Also das kann ich nicht akzeptieren. Jetzt haben wir halt schon ganz schöne Katzenarsch, so von der Seite. Da haben wir bestimmt ein Kilo Fett, 1,5 Kilo Fett runtergemacht, oder? Ja. 1,5 Kilo Fett auf den Tisch legen, da kommt schon was zusammen. Ich habe auch ein bisschen gejammert die letzten vier, fünf Wochen. Ich muss jetzt auch nicht vor der Kamera sagen, was ich für ein eisenharter Kerl bin. Oder so. Und dass es alles kein Problem ist. Ich habe schon geungert und habe auch glitten. Und ich esse ja auch gern Scheiße und auch so ein bisschen Bullshit. Da hat es mich dann schon danach gelistet mal. Aber mein Training habe ich immer durchgezogen. Egal wie. Ich habe auch zu Riki gesagt, die hat mich immer gefragt, wie ist Training und so. Ich habe gesagt, du, Training geht. Aber danach war ich halt wie hingeschissen immer und so. Aber Training ging immer. Das habe ich gemacht. Ich habe alles rausgeholt jetzt. Mehr kann ich, glaube ich, nicht rauszuholen. Ich hoffe, dass es diesmal der eine Punkt ist, was mir gefehlt hat. Oder vielleicht bin ich auch ganz schlecht. Und die Jury will mich gar nicht sehen diesmal. Muss ich dann auch akzeptieren. Aber mit so einer Einstellung gehe ich da gar nicht rein. Ich gefällt mir. Ich sehe gut aus. Ich habe eine geile Linie. Ich bin geiles Superschwergewicht. Ich sehe schön aus. Ich habe schöne, runde, pralle 3D-Muskeln, auf die ich stolz bin. Das sage ich auch ganz ehrlich so. Ich habe eine gute Qualität. Und ich will das auch morgen zeigen, dass Superschwergewicht auch richtig schön sein kann eigentlich. Morgen ist der Wettkampf. Übermorgen ist schon die Vergangenheit. Und du musst einfach genießen, abliefern und den Leuten einfach zeigen, dass es dir Spaß macht. Die Kampfrichter sehen das, die Zuschauer sehen das, auch die Leute im Netz sehen das. Du musst einfach deine Leidenschaft, die du betreibst, die musst du einfach auf der Bühne morgen zeigen. Du hast zwar gelitten wie ein Hund. Die letzten Wochen hast du auch ein bisschen gejammert, aber das gehört auch mal dazu. Es ist nicht einfach. Es ist einfacher, wenn es jeder macht. Wie ich schon zu Dennis gesagt habe, er macht das ja freiwillig, ihm macht das ja Spaß. Er ist noch jung, relativ jung für diesen Sport und verbraucht. Er wird da auf jeden Fall noch reinwachsen mit der Zeit. Ich bin hier bei der Olympia Amateur in Dänemarken. Wir sind hier voll dabei. Mein Blutdruck ist glaube ich auf 180. Puls von 180. Keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung. Also läuft wirklich brutal und sieht echt gut aus. Glückwunssange. 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 Endlich hab ich die Scheiße.